Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem ersten Video auf unserem Kanal. Ja, das ist eine Runde des Survival Games. Wir nehmen beide Sichten auf. Ich habe Skins drin, also mit Blocklauncher. Wir spielen auf Android. Ja, ich habe auch, ich spiele auch mit Blocklauncher, aber nur, weil ich rennen möchte. Ja. Auf dem LPS gehst du. Mann, warum? Auf dem LPS gehst du aber, wie schon gesagt. Ui, Hasi. Hasi hier. Versuchen wir reinzugehen. Ja, kommst du zu mir? Ja. Ja, ich bin durch. Ja, du bist neben mir. Also, ich renne oder wollen wir gleich nach außen? Nein, ich hasse diese Map, weil in der Mitte, da ist ein Loch. Da fällt man ins Land rein und das ist scheiße. Okay, dann rennen wir hier nach außen. Genau. Suche mal nach Kisten. Ja, du kannst dir mal vorstellen, ich bin Maxi. Ich bin Dominik. Total gut vorgestellten. Ja. Anderthalb Minuten. Ach ja, gut, dann haben wir noch genug Zeit. Ja, ich habe Spaß wieder. Ja, und, ähm, wir wollen in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen ein Projekt starten mit ganz vielen anderen Leuten. Wohl ja in ein paar Tagen. Ja. Und ein VARO-Projekt in Minecraft PI. Ja. Ja. Ja, ein VARO-Projekt in Minecraft PI. Und, ähm, werden wir bald in einem Team sein. Und wir werden dann auch öfters mal hochladen. Ja. Bei mir sieht man auch hier, ich habe hier so einen weißen Hund angemacht. Hui. Habe ich auch angemacht. Obwohl ich den letztens bemerkt habe, dass er eigentlich drin ist. Naja, aber dann könnt ihr sehen, wo wir hin tippen. Ich finde es eher viel wichtiger, wenn man sich vorstellt, also, wie man etwas im Runde lädt, wo man drauf in Minecraft lädt. Ja. Ich hätte das gerne auch gemacht, aber nicht jetzt in Aufnahmen, weil ich es nicht kann. Ja. Weil die Runde jetzt auch anfängt. Ja, und, äh, wir werden auch noch Vorstellungen machen, ganz viele. Also, auch, weil, vor allem welche, die nicht in Mods für Minecraft PI sind aus dem Play Store. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Auf, hoch, so. Siehst du mich? Ne, ich bin einfach weitergerannt, irgendwo hin. Vielleicht fühle ich auch nicht die Sachen zu sein, dann. Ähm, du hast das, ich fände gerade irgendwie, total. Ich guck mal, das Bild schon drin. Nein, 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 nein. Hm, wie lange. Oh, da ist noch eine Kiste. Ich benutze lieber Eisen. Oh, mir fehlen nur noch Schuhe. Ich hab jetzt aber ein goldes Schwert. Ich hab auch ein strenges Schwert. Ich hab drei gebraten. Da vorne ist jemand. Ist das Mieste, aber läuft irgendwie. Du bist tot? Nein. Achso. Ja, ja, ja. Ich hab mich da verfallen. Also Dominique, ja. Genau. Das hab ich ja überall unterstrich gemacht. Weil ich das nicht lustig darf. Eigentlich bin ich das grundsätzlich. Aber ganz normal dann liegt mir alles aus dem Versehen. Und ja. Ja. Die ist toll. Ich heiße Maxi Joni. Ja, das ist gut. Also ich bin jetzt gut ausgerüstet. Also ich hab von der Rüstung her bin ich nicht gerüstet. Das ist doch so schön. Also ich finde, du bist gut mit drauf. Nein, nein. Ich hab kein Schwert. Ich hab ein goldes Schwert. Ich weiß mehr. Ich habe ein goldes Schwert und eine Axt. Aber lieber auf. Weil ich hab nicht so zufrieden. Weil ich früh sterbe. Ja. Finde ich so gut in dem Spiel. Oh, ich schon. Ich hab heute schon, keine Ahnung, gespielt. Ich hab in 6 Stunden gespielt. Weil ich einfach nix bevor ich gespielt habe. Er ist an Nacht noch lieber Mensch. Ja, ich bin sehr. Also wenn wir eine Aufnahme machen. So. Wir können heute noch mal spielen. So. Geil. Ich hab ein Kuchen. Ich krieg das hier gerade nicht aus der Kiste. Und weil man in der Tasche voll ist. Ha? Steffi krieg ich das nicht aus der Kiste raus. Irgendwas. Ich hab ein Kuchen. Das macht 2 Gold später. Und empfehlt euch. Falls ihr es ausspielt. Wenn ihr die Sachen in den Kisten zurück tut. Die ihr nicht auch niemals öffnet. Weil wenn ihr euch sagen wollt. Dann braucht ihr euch schon wieder ne Kiste gefunden. Wenn ihr Kuchen habt. Das wollt ich immer behalten. Weil im Deathmatch. Am Ende. Wollde ich den Kuchen hinstellen. Und dass ihr da. Euch immer drauf. Ja. Heilen könnt. Wenn ihr drauf geht. Ja. Kennt ihr. Wenn ihr mal das hier spielt. Und hier ist so ein Kuchen. Ich bin da auch mal hoch gegangen. Und da bin ich mal runter gefallen. Und. So. Ist einer gerade runter gefallen. So. Ist mal toll. Ja. Ich weiß. Find ich auch. Nein. Eigentlich nicht. Wollen wir wie ne Deathmatch eigentlich? Hm? Ja. Das steht immer im Stern. Irgendwie. Ja. 4 Minuten. Genau. 4 Minuten. Ich hab schon wieder ne Kiste. Ich hab jetzt viel Goldschwerter. Und ich schon. Ich hab jetzt viel Goldschwerter. Ich hab jetzt viel Goldschwerter. Hier vorne ist ein. Es sind zwei. Ich hab viel Goldschwerter. Jetzt hab ich auch. Jetzt hab ich auch. Jetzt hab ich auch. Ja. Ich hab die mit ein. Loll. Ich hab die mit ein. Das ist schon wieder. Der Kissen. Eigentlich. Galt hier. Mist. Jetzt hab ich. Mert. Ja! Und mein Kaffee darf da jetzt von der Valka-Timmer, 3 Minuten noch. Geil, hier habe ich zwei Leute das sehen. Oh, ich dachte gerade, ich habe irgendwas Richtiges, was mir passiert. Da, das könnte ich brauchen. Wo komm ich denn hier? Oh, der hochkommt, weil ich das schon mal geschafft habe. Wo denn? Für diese Türme hier. Muss sie gehen, muss sie gehen. Sind nicht zu übersehen. Ähm. Oh, hier kommt ja. Das schweiß ich jetzt auch nicht. Kann ich hier was gehen? Ist die Breite nicht durchgestellt? Ja, die ist hoch. Ähm. Ich weiß, die kommt hier aber auch nicht mehr raus. Da ist eine Kiste. Na auch unter. Kuchen. Und Eisenbus-Panzer. Weißt du, Eisenbus-Panzer? Brauch ich den zufällig? Kommt Eisenbus-Panzer? Ja, nimm den. Nee. Nee, also das Kettennamen. Ach so. Kettennamen. Ja, warte, warte, warte. Kuchen nehme ich mir. Das brauche ich mich, das brauche ich, das brauche ich. Oh ne, ich brauche mich. Moment, ich muss Kuchen holen. Warte mal. Warte mal. Oh cool. Warte mal. Ja. Ähm. Da habe ich nicht mehr davon. Wenn ja, hätte ich vielleicht schon rausgeworfen. Kann man Wollach bauen? Ja, musst du ausprobieren. Probier's aus. Hast du mir einen Weg? Nein. Schade. Warte. Warte. Ich habe ihn mir rausgekommen. Nein, das geht nicht. Mist. Warte, geht man hier weg? Essen. Windows. In einer... In einer... In einer... Hast du noch so gut ein Deer? Ich habe da kein Deer. Komm, ich habe ein Deer. Ich habe drei Eimer. Warte, ich habe drei Eimer. Kann man doch stacken oder nicht? Leere Eimer zumindest. Ja, warten wir mal kurz, bis das fertig ist. Ach, die Eimer kann man hier sowieso nicht benutzen. Kannst du Wasser rausnehmen? Nein, das geht nicht. Doch. Habe ich geschafft. Ich nicht. Außer durch Bugs vielleicht. Aber... Nein, sieht man das auch noch? So. Da ist noch ein Goldschwert dran. Das hab ich da rein getan. Maxi. Sorry. Das hab ich da rein getan. Ich habe vier Goldschwerte gehabt. Eins hab ich da rein getan. Ich hatte schon mal... Wow. Ja, ich weiß. Aber ich find mir immer zwei... Zwei... Die gehen auch echt schnell kaputt. Aber... Oh. Deadmatch, deadmatch. Ich bin jetzt tot. Tja. Ne, warte. Jetzt. Also wir empfehlen euch beide Sichten zu sehen, weil... Bei mir ist es interessanter. Ja. Jetzt komm schon. Fall rein, fall rein, fall rein. Fall rein! Nein! Du bist tot, ne? Aber nicht durch ihn. Ich bin durch das... Das ist wenigstens gut. Naja, ich würd sagen, das war's erstmal für die... Oh, Junkfehler, Junkfehler wird nicht geladen. Wo bist du dann? Hier. Äh... Also hier übrigens da unten sieht man... Äh... Junkfehler wird nicht geladen. Warte. Wie? Ähm... Da muss man reingehen. Das ist Iglo. Okay, die ist nie Iglo da. Da geht man dann rein und... Das ist mal hier unten. Und... Iglo, Iglo, Iglo... Iglo, Iglo... Ach, Mist, jetzt bin ich voll... Ich würd sagen... Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir nehmen jetzt noch eine Runde auf, oder? Mal sehen. Naja, das war's und... Tschau. Tschüss.